ChatGPT bekommt ein Gedächtnis. OpenAI hat das bisher beste Text-to-Video-Model Sora vorgestellt. Und dieses Tool wird einiges revolutionieren. Sam Oldman, der Geschäftsführer von OpenAI, hat sich zu GPT-5 geäußert. Und Sam Oldman will auch Investitionen in Höhe von 7 Billionen Dollar einsammeln. Google hat Gemini 1.5 vorgestellt. Und dieses Modell hat im Vergleich zu den anderen Large Language Models das mit Abstand größte Context Window. Diese ganzen News und viele mehr stelle ich dir in diesem Video vor. OpenAI hat angekündigt, dass es für ChatGPT ein Gedächtnis geben wird. Und zwar ist das eine neue Funktion in ChatGPT, die man ein- und ausstellen kann. Dieses Feature wird gerade für einige ChatGPT-Nutzer ausgerollt. Bei mir ist es leider noch nicht verfügbar, aber es soll in der nächsten Zeit eben kommen. ChatGPT kann, wie man hier sieht, verschiedene Informationen über den Nutzer speichern und sich eben diese merken, um bessere und personalisiertere Antworten zu geben. Beispielsweise kann man ChatGPT ein Format vorgeben und in diesem Format wird dann ChatGPT immer antworten. ChatGPT kann beim Brainstorming helfen, wenn es mehr Hintergrundinformationen besitzt und mit diesen auch arbeiten kann. OpenAI hat auch einen kleinen Trailer veröffentlicht zu dem neuen Feature. Hier sieht man eben, dass der Nutzer die Kontrolle hat und wir sehen auch, wie das Ganze eingestellt wird. Man geht hier in die Einstellungen und hier kann man eben auswählen, was sich gemerkt wird. Und man kann die Memory-Funktion an sich auch ein- und ausschalten. Ich freue mich schon, diese Memory-Funktion zu nutzen, sobald sie verfügbar ist. Und ich werde dazu natürlich auch ein Video machen. Bei ChatGPT wird es dann auch temporäre Chats geben. Das sind einfach Chats, die nicht in der Suchhistorie erscheinen. Und diese Chats werden auch nicht benutzt, um die Modelle von OpenAI zu trainieren. Die Memory-Funktion, die ich vorher angesprochen habe, wird auch für die GPTs verfügbar sein. Also für die kleinen, spezialisierten Versionen von ChatGPT. Und ich bin eben gespannt, wie OpenAI das Ganze umsetzt. Aber für mich hört es sich wie ein sehr spannendes neues Feature an, das ChatGPT nochmal deutlich besser machen könnte. OpenAI hat ein weiteres Update bekannt gegeben diese Woche. Und zwar haben sie ein Text-to-Video-Model vorgestellt, welches momentan mit Abstand das beste Text-to-Video-Model ist. Und ich würde schon so weit gehen und sagen, dass das die spannendste Neuerung im KI-Bereich ist, seit der Veröffentlichung von GPT-4, also der bisher besten ChatGPT-Version. Ich habe zu diesem Text-to-Video-Model, was übrigens Zora heißt, schon ein extra Video gemacht auf diesem Kanal. Das verlinke ich dir hier auf dem i. Da erfährst du alles, was du zu dem Modell wissen musst. Und ich zeige dir sehr viele beeindruckende Anwendungsbeispiele. Sam Altman hat sich in einem neuen Interview zu GPT-5 geäußert. Laut ihm wird GPT-5 in allen Aufgaben ein klein wenig besser. Das Modell soll in erster Linie insgesamt smarter sein und auch schneller und multimodaler. Und insgesamt sollen die ganzen Updates das Modell magisch machen, was auch immer das heißt. Eine Scheidungsdatum für GPT-5 wurde auch noch nicht genannt. Dazu gibt es zwar schon verschiedene Gerüchte, aber hier ist noch nichts offiziell bestätigt. Hier merkt man aber eben, dass GPT-5 immer näher kommt und dass es auf jeden Fall nochmal ein Upgrade sein wird zu GPT-4. Und hier sehen wir einfach wieder, es entwickelt sich alles immer weiter und es wird immer besser. Letzte Woche ist die News bekannt geworden, dass Sam Altman, also immer noch der Geschäftsführer von OpenAI, Investitionen in Höhe von 7 Billionen Dollar sucht für ein KI-Chip-Projekt. 7 Billionen, das ist eine unglaubliche Summe und keine Firma der Welt ist momentan 7 Billionen Dollar insgesamt wert. OpenAI will wahrscheinlich hier seine eigene Chipfabrik bauen, um so unabhängiger von Lieferanten zu werden. Und das soll eine Menge Geld kosten, wenn die Zahlen hier stimmen. Für so ein Riesenprojekt muss es natürlich mehrere Quellen der Investition geben. Beispielsweise ist Sam Altman auch im Mittleren Osten unterwegs, um Geld zu sammeln. Ob er so viel Geld wirklich einsammeln kann und ob das KI-Projekt im Anschluss erfolgreich wird, dazu kann man Mometa noch nicht sagen. Die Höhe der Summe ist aber trotzdem sehr erstaunlich. Einer der führenden KI-Researcher, Andrew Karpathy, hat OpenAI verlassen. Andrew Karpathy hat vorher bei Tesla gearbeitet und ist vor einiger Zeit zu OpenAI gewechselt und jetzt verlässt er auch OpenAI und will sich um eigene persönliche Projekte kümmern. Das ist eben eine spannende News, weil er einer der bekanntesten KI-Researcher ist und ich denke, das ist schon ein großer Verlust für OpenAI insgesamt. In seinem Interview beim World Government Summit hat sich Sam Altman nicht nur zu GPT-5 geäußert, sondern er hat auch vor Gefahren der KI gewarnt. Sam Altman sagt eben, dass KI verantwortungsvoll eingesetzt werden soll und dass es eine Art internationale Gemeinschaft dafür geben soll, um die potenziellen Gefahren der KI-Technologie zu minimieren. Natürlich kann KI potenziell auch Gefahren mit sich bringen, auch das ist dem Geschäftsführer von OpenAI, Sam Altman, bewusst und ich meine, wir können alle natürlich nur darauf hoffen, dass der Nutzen größer ist als die Gefahren und dass sich in Zukunft alles positiv in der Hinsicht mit künstlicher Intelligenz entwickelt. Google hat nur eine Woche nach der Ankündigung von Gemini Ultra jetzt schon ein neues Modell vorgestellt und zwar Gemini 1.5. Und Gemini 1.5 bringt auch neue Standards in die KI-Welt, vor allem für Large Language Models, weil es eben mit Abstand die größte Kontextlänge hat mit einer Million. Das entspricht eben mehr als 700.000 Wörtern, mehr als 30.000 Lines of Codes, mehr als 11 Stunden Audio und mehr als eine Stunde Videomaterial. Also da ist einiges möglich. Gemini 1.5 basiert auf der Transformer-Architektur und auch auf Mixture of Experts. Das bedeutet, es gibt nicht ein großes Modell, sondern einzelne Unterexperten für das Modell, die bestimmte Aufgaben zum Beispiel sehr gut ausführen können. Und Google hat hier ein Demo-Video veröffentlicht und das zeigt wieder sehr beeindruckende Dinge, die man mit Gemini 1.5 machen kann. Ich weiß, bei Google Demo-Videos muss man immer ein bisschen aufpassen, zum Beispiel das Demo-Video zu Gemini. Da wurde ja ein klein wenig rumgetrickst, aber falls das jetzt wirklich der Wahrheit entspricht, was in dem Trailer veröffentlicht wurde, das würde einiges ändern. Google hat hier ein Transkript von Apollo 11 eingefügt, was insgesamt 326.000 Tokens etwa entspricht und lädt diese Datei hier in Gemini 1.5 hoch und kann mithilfe dieser Datei auch Chatten und Informationen abfragen. Beispielsweise wird hier nach 3 Comedic Moments gefragt und diese sollten exakt aus diesem Transkript hier eben ausgegeben werden. Und das Besondere ist hier eben, dass das Transkript so groß ist mit über 300.000 Tokens. Das kann bisher kein anderes Large Language Model, auch nicht ChatGPT oder GPT-4. Wir sehen hier in der Demo wird das Ganze eben ausgegeben mit dem genauen Zitat und dem Kontext und ich meine, wenn die Demo wirklich der Wahrheit entspricht, ist das ziemlich beeindruckend und wieder eine weitere sehr spannende Entwicklung. Wenn man jetzt nochmal in das Transkript reinschaut, das wurde hier in der Demo auch gezeigt, ist dieses Zitat genau richtig und eben aus diesem ewigen, langen Transkript wurde genau diese eine Zeile rausgesucht, die zu dem Prompt gepasst hat, der geschrieben wurde. Gemini 1.5 ist auch multimodal. Hier wurde eben ein Bild von einem Schuh eingefügt, der auf den Boden tritt mit einem Pfeil. Ich denke, damit wird der erste Schritt eines Menschen auf dem Mond gemeint sein. Das wird hier auch gefragt und zwar, what moment ist es? Und hier hat Gemini das auch erkannt und eben genau diese Stelle rausgesucht aus dem Transkript. Dann wurde auch genau nach dem Timecode gefragt in dem Transkript, wo das zu sehen ist und hier wurde wieder in diesem ewig langen Transkript nachgeschaut und der richtige Timecode wurde ausgegeben. Also hier ist die Demo sehr vielversprechend und ich hoffe, das entspricht dieses Mal zu 100% der Wahrheit und wie gesagt, wenn ja, ist das wirklich ziemlich beeindruckend und eine spannende Weiterentwicklung. In einem weiteren Demo-Video wurde ein Buster Keaton-Film eingefügt, das heißt eben ein Stummfilm und das entspricht schon fast 700.000 Tokens und auch zu diesem ewig langen Film können bestimmte Informationen rausgesucht werden und eben passend ausgegeben werden. Hier wird zum Beispiel nach dem Moment gefragt, wo etwas aus einer Tasche geklaut wird und Gemini hat das herausgefunden, die genaue Stelle im Film und was da genau passiert ist eben. Hier sehen wir nochmal das Beispiel aus dem Film. Wenn man eine Skizze einfügt für eine Filmszene, wie hier zum Beispiel ein Wassertank und einen Menschen, kann das Modell genau diese Szene auch raussuchen aus dem ewig langen Dokument und wenn man das Ganze eben nachprüft, sieht man genau diese Szene, wo der Wassertank Wasser ausspuckt und die Menschen da drunter stehen. Auch das wieder ein sehr spannendes Anwendungsbeispiel. Also Google macht schon wieder Schlagzeilen nach der Veröffentlichung von Gemini Ultra und Gemini 1.5 verspricht auch einige Verbesserungen, die es so bei anderen Models noch nicht gibt. Google will einen neuen Forschung- und Entwicklungsstandort in Frankreich einrichten. Bei diesem sollen rund 300 Forscher und Ingenieure angestellt werden und hier soll eben auch die KI in Europa weiter vorangetrieben werden. Meta hat ein neues KI-Modell vorgestellt. Das heißt VGPA und ist von dem Forschungsleiter von Meta AI, Jan Le Kühn. Dieses Modell kann aus einem Video, bei dem ein Teil fehlt, hier zum Beispiel ist das Ganze ausgeschnitten worden, daraus kann es den Inhalt des fehlenden Teils vorhersagen. Wir sehen hier das eine Video mit dem maskierten Teil und daraus werden dann eben diese drei Möglichkeiten hier generiert und man sieht immer den Block, wie der eben umgeblättert wird jeweils und ich finde, das sieht schon ziemlich gut aus. Diese Technologie haben wir schon öfters von Bildern gesehen, aber dass das Ganze jetzt auch bei Videos möglich ist, zeigt, es gibt wieder sehr viele weitere Fortschritte hier in dem Bereich. Das Modell ist natürlich noch in der Entwicklung, aber es verspricht, in spannenden Anwendungsbereichen eingesetzt zu werden, wie zum Beispiel in der Videobearbeitung. Das Ganze funktioniert eben nach diesem Modell. Es gibt ja einmal den Encoder und dann den Predictor und daraus werden dann eben die verschiedenen Ergebnisse generiert, sodass das eben zu einem Video zusammengefügt wird. Mark Zuckerberg hat sich zur Veröffentlichung von der Apple Vision Pro geäußert und natürlich sagt er hier, dass die MetaQuest, also seine eigene KI-Brille, deutlich besser ist. Er stichelt auch ein bisschen gegen die sogenannten Apple-Fanboys und sagt quasi, dass es übertrieben ist, weil sie mehr als 3000 US-Dollar kostet. Er hat selber gesagt, dass seine MetaQuest etwa siebenmal günstiger ist und laut ihm ist es eben das bessere Produkt, besser als die Apple Vision Pro und das eben obwohl der Preis der Apple Vision Pro so viel höher ist. Er gibt zwar zu, dass beide Stärken und Schwächen haben, aber insgesamt bevorzugt er seine Brille. Was für eine Überraschung. Ich kann dazu nicht meine Meinung abgeben, weil ich habe keine der beiden Brillen getestet. Ich habe mir zwar schon verschiedene Reviews zu beiden Brillen angeschaut, die meisten sagen, dass die Apple Vision Pro besser ist, aber ob das wirklich stimmt, kann ich natürlich nicht beurteilen. Mark Zuckerberg hat aber eine klare Meinung dazu. Microsoft will 3,2 Milliarden in die deutsche KI-Infrastruktur investieren. Das Ganze soll über die nächsten zwei Jahre erfolgen und soll eben Europa als Standort für die KI stärken. Wir haben ja vorher schon einen Artikel gesehen, wo in Frankreich investiert wird in KI und jetzt eben auch Deutschland. Und das soll eben die größte Investition seit 40 Jahren von Microsoft sein. Deutschland belegt nämlich Platz 11, wenn es um qualifizierte Fachkräfte im KI-Bereich geht. Ich bin gespannt, ob diese Investition das Potenzial hat, Deutschland zu einem führenden Land in der KI-Entwicklung zu machen. Microsoft hat einen Blogartikel veröffentlicht, in dem sie drei große KI-Trends für 2024 vorgestellt haben. Das sind einmal Small Language Models. Das sind eben kleinere Language Models, die man zum Beispiel auch auf seinem Smartphone laufen lassen kann, sodass man auch im Smartphone mit KI interagieren kann und dort die KI-Funktionen nutzen kann. Dann wird die multimodale KI mehr benutzt werden. Das heißt, dass eine KI neben Text auch Bilder, Code und vielleicht auch Videos verarbeiten kann. Und ich denke, das könnte wirklich im KI-Mainstream kommen dieses Jahr, dass mehr und mehr KIs multimodal werden. Wir haben letztes Jahr schon viele Fortschritte im KI-Bereich in der Wissenschaft gesehen und auch dieses Jahr wird hier große Hoffnung reingesetzt. Nvidia hat ChatwithRTX rausgebracht. Mit dieser ChatwithRTX-Funktion können Nutzer personalisierte Chatbots nutzen für ihre eigenen Dateien. Hier kann man jeweils ein KI-Model wählen und dann eben hier die Ordner auswählen und man kann zu seinen eigenen Dateien Fragen stellen, wie hier zum Beispiel What was the name of the restaurant that Sarah recommended? Und dann werden eben die Daten durchsucht und die passenden Dateien dazu werden ausgegeben. Man kann nach Antworten in bestimmten YouTube-Videos suchen. Wenn man hier zum Beispiel den Link kopiert vom YouTube-Video und den hier einfügt, kann man sich bestimmte Informationen ausgeben lassen zu dem Video und das ist auch ein sehr spannender Anwendungsbereich. Dieser Chatbot wird lokal dann auf den Rechnern laufen und man braucht dafür kein Internet und laut Nvidia sollen die Nutzerdaten privat bleiben. Das zeigt, KI wird auch immer mehr eingebaut in die internen Programme auf jedem Computer, sodass die Nutzererfahrung verbessert wird. Und ich meine, was wir gerade gesehen haben, das sind schon spannende Updates, die jeder privat nutzen kann in seinem PC und das kann auf jeden Fall auch die Produktivität steigern. Google setzt KI ein, um Fake-Bewertungen online schneller zu erkennen und somit wurden schon über 170 Millionen Fake-Reviews geblockt im Jahr 2023. Die neue Technologie macht das Ganze deutlich effektiver und zwar mit einer 45% höheren Genauigkeit. Dank dieses Modells werden Bewertungen wahrscheinlich fairer sein und man kann nicht mehr so leicht Fake-Bewertungen erstellen. Eleven Labs hat ein neues Update vorgestellt. Und zwar kann man jetzt seine Stimme quasi hergeben, in Anführungszeichen, um damit Geld zu verdienen. Das heißt, wenn man Synchronsprecher ist oder einer werden will, kann man seine Stimme mit Eleven Labs hier trainieren und wenn diese dann genutzt wird von anderen Parteien, kann man dadurch Geld verdienen. Dazu muss man natürlich erstmal seine Stimme klonen und diese dann in der Voice Library teilen und dann kann man eben Geld verdienen, wenn die Stimme genutzt wird. Ist auf jeden Fall eine spannende Anwendungsmöglichkeit, wie ich finde. Wenn man eine gut klingende Stimme hat, könnte man das vielleicht nutzen. Jedoch ist hier auch wieder die Gefahr, in Anführungszeichen, dass KI-generierte Stimmen irgendwann besser klingen als normale Stimmen, weil sie eben daraufhin spezialisiert und programmiert werden können. Das ist, denke ich, zumindest ein Faktor. Aber trotzdem ist es ein spannendes Projekt, wie ich finde. Und wenn du eine spannende oder schöne Stimme hast, kannst du sie hier eben zum Verkauf anbieten und damit jetzt auch Geld verdienen. KI spielt im Alltag von den meisten Menschen immer mehr eine Rolle, aber die meisten Menschen sind noch skeptisch gegenüber der KI. Das soll sich aber in Zukunft ändern. Unternehmen bemühen sich nämlich, die Akzeptanz von KI in der Bevölkerung zu erhöhen. Als Beispiel kann man hier die Superbowl-Werbungen sehen. Und zwar haben mehrere Firmen Superbowl-Werbungen gemacht, in denen KI beworben wird. Und der Superbowl wird ja von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt geschaut. Und so wird KI zumindest dem Mainstream ein bisschen näher gebracht. Als Chat-GPT Ende 2022 rauskam, war das eigentlich das erste Mal, dass die normale Bevölkerung mit KI etwas machen konnte und das wirklich benutzen konnte. Und wie wir an den KI-Videos vorher zum Beispiel gesehen haben, wird das Ganze in der Zukunft nur noch umfangreicher, sodass KI immer mehr in den Alltag von allen Menschen integriert wird. Und deswegen müssen sich die Menschen auch immer mehr mit KI beschäftigen. Es gibt ein neues, größtes Text-to-Speech-KI-Model und dieses soll erstaunliche Fähigkeiten besitzen. Dieses Modell wurde von Researchern bei Amazon trainiert und es soll ein Durchbruch in dem Bereich sein. Dieses Modell wurde mit über 100.000 Stunden an gesprochenen Daten trainiert. 90% davon Englisch, aber auch Deutsch, Niederländisch und Spanisch. Und weil es eben so viele Parameter gibt, ist das bisher das größte Modell. Und kann eben die verschiedenen sprachlichen Stile, die man so in seiner Sprache benutzt, besser ausdrücken und auch nachmachen. Auch im KI-Text-to-Speech-Bereich tut sich immer mehr und die Entwicklungen gehen voran. Stable Diffusion hat Stable Cascade vorgestellt. Das ist ein neues Open-Source-Text-to-Image-Model und wir sehen, auch hier sehen die Bilder sehr beeindruckend aus und auch das wird immer besser. Die Bildgenerierung soll mit dem Modell schneller erfolgen als bisher und der Bildersteller soll eine größere Kontrolle haben bei der Bilderstellung. Das ist noch nicht für die Öffentlichkeit verfügbar gemacht, soll aber bald kommen. Es gibt eine neue KI-Brille auf dem Markt. Die soll 349 Dollar kosten. Mit der Brille soll man visuelle Analysen vornehmen können, man soll übersetzen können und man soll auch im Internet suchen können. Hier sehen wir die Brille in einem kleinen Vorstellungsvideo. Man kann damit übersetzen, man kann die Nutrition, also die Nährwerte nachfragen von bestimmten Produkten und es sieht schon mal ziemlich gut aus, auch das Websearch-Feature hier. Die Brille befindet sich zwar noch in der Entwicklung, aber sieht wirklich spannend aus meiner Meinung nach. Das war es soweit zu den KI-News von dieser Woche. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass doch gerne ein Like und ein Abo auf diesem Kanal da. Ansonsten hoffe ich, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bis dann.